Die Sache mit der Diskretion klärt heute Christiane Fruth bei Fruth TV. Willkommen zurück. In meinen vielen Führungskräftetrainings werde ich immer wieder gefragt, wie gehe ich denn mit Informationen um, die ich noch nicht weitergeben darf? Wenn ich sage, das darf ich dir noch nicht sagen, dann klingt das aus meiner Sicht wichtig-tuerisch. Ich schiebe irgendwie so eine unsichtbare Barriere zwischen mich und den Mitarbeitern und es ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Wenn ich sage, ich weiß von nichts, nichts gehört, dann belüge ich die Mitarbeiter und das will ich vielleicht auch nicht zwingend. Mein Fruth-Tipp ist die folgende Formulierung, die offen, ehrlich und authentisch ist und lautet ganz einfach, sobald es mir möglich ist, werde ich dir mehr davon berichten. Probieren Sie es aus. Viel Erfolg dabei. Führen Sie gut. Herzlich, Ihre Christiane Fruth. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!